Hoffentlich überstehen das die Banuq da unten. Ah, die Dinger sind weg. Die hab ich da. Oh oh. Nein! Verdammt! Ach du heilige. Feuer. Alles klar. Die Maschinen sind wütend. Bleib weg von ihnen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Jetzt kommt mein Liedmaschine. Und was für eins. Okay, warte. Ich muss mich mal ein bisschen absichern hier hinten. Ich muss mich auch mal hier ein bisschen absichern. Ja, greif mich an. Ich hab keine Angst. Na, komm ran. Verdammt. Jetzt kommt mein Liedmaschine. Und was für eins. Okay. Das hat gesessen. Die nehmen wir wieder mit. Ach, es hat das friedliche Leben hier ein Ende, wa? Na, super. Aktualisierter Auftrag. Ja, geh mal weg, bitte. Rede mit Tikuk. Wo steht denn Tikuk? Da. Halt, halt. Tikuk. Tikuk. Halt. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Oseram dachten... Die Oseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer. Das Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Oh. Ja. Kehre zu Wilgun zurück. Ach, du Heiliger. Wo ist das denn hier? Eine Wüsterkanone. Ach, was. Ich wünschte, ich hätte etwas zu essen. Ach, Mann. Die tun mir so leid gerade hier. Ah, ja. Ich hole mir noch Frostbeulen. Ja, du hast ja Sorgen. Oh, ich muss niesen. Ich muss niesen. Oh, Mann. Ja, tut mir leid, aber der Heuschnupfen, der kommt irgendwie jetzt gerade mit voller Kraft durch. Das ist... fies. Kennen, glaube ich, viele, ne? Das ist so eine Volkskrankheit. Oh, die Musik ist so schön hier. Volkskrankheit Heuschnupfen. Kann besser werden, kann schlimmer werden, man weiß es nie. So, ähm, gut. Karte. Ja. Hier ist noch eine Banuk-Figur. Könnte man denn da hin? Warte mal. Hier, oder? Wo wir schon mal hier sind, können wir die mitnehmen? Aber, ob der Weg dahin so easy ist? Müssen wir ausprobieren. Wo geht's hier weiter? Hier. Alles klar. Hier können wir uns abseilen. Aber ich nehme an, wir müssen trotzdem weiter hier hoch. Okay. Heiliger. Und nun? Ähm... Ähm... Äh... Was das Mädel macht. Kostet mich irgendwann um mein Herz hier. Okay. Wo sind wir denn hier? Interessant. Können wir langlaufen, dann machen wir das da auch. Und? Da steht sie. Cool. Irgendeine Figur. Wahrscheinlich von den... Von den Banuk, ja. Äh... Tektuk, in meiner Verbannung sehe ich oft deine Augen vor mir groß und blauen Schreck erfüllt, als man Siknak unseren Häuptling vor dir niederlegte. Der Werak beobachtete, wie ich seine Partnerin ansah, Ili, deine Mutter. Für sie war meine Schuld so klar und deutlich wie ein Riss im Eis des Frühjahrs. Als sie mich auszogen und zum Sterben auf dem Gletscher zurückließ und verließ mich die Wärme des Lebens, aber nicht der erbitterte Wille zu jagen, zu kämpfen, zu überleben. Vielleicht, um zu beweisen, dass ich niemanden brauchte, schon gar nicht die, die mir Unrecht taten. Ich finde nur Frieden, wenn ich meine Zeichen male und diese Opfergaben für dich fertige, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren werden. Aha. Was ist das denn hier? Die haben wir aber ja schon gesehen, als wir uns hier angeguckt haben. Banuk! Genau. Okay, und jetzt gab es hier Shortcuts runter? Oder so? Oder? Oh Gott. Äh. Äh, äh. Echt jetzt? Das kann... Das kann... Nee. Springe ich doch nicht, oder? Das ist aber schon ein bisschen eng hier, oder? Aber... Das wäre eigentlich richtig. Kann ich da irgendwie hoch? Nee, auch nicht. Um Gottes Willen. Versuch das mal. Wow. Okay. Okay. Wo Aloy immer diese ganzen Seile hernimmt, frage ich mich immer noch. Aber na gut. So ein gutes Seil sollte man immer dabei haben, ne? Alles klar. Haben wir die auch gekriegt? Sehr gut halt. War das Heilzeugs? Ja, ne? Ja, geil. Nehmen wir mit. Ich wollte eigentlich am Schnellreisepunkt gucken, aber wenn hier so viel Heilkram steht, dann nehme ich den mit. Den brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt sehe ich gerade nichts, deswegen gucke ich erst mal nach dem Schnellreisepunkt. Und da würde sich eigentlich dieses Feuer hier anbieten, damit wir zu der Blume gehen können. Der Blume, hier. Guck mal, wo es da lang geht. Kann wir eigentlich auch mal gucken gehen, oder? Aber erstmal müssen wir, ähm, reisen. Ja, bitte. So. Ich schnuf mal ein bisschen, ja? Moment. So, schlimm. Vor allem in den Abendstunden wird es schlimm mit dem Heuschnupfen. Alles Klärchen. Falsche Taste. Äh, die Richtung ist korrekt. Wir müssen irgendwie so in diese Richtung und dann mal schauen, ob wir auf dem Weg treffen. Hm. Heilzeugs. Hallo? So. Schon wieder falsche Taste. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich hätte einfach speichern sollen, oder? Ich hätte speichern sollen, wo wir schon da waren. Egal. Da waren Haarwichte. Ich glaube, die haben uns aber nicht gesehen. Soll mir rechts sein. Interessante Gegend. Wie sieht's denn mit dem Weg aus? Ah, der ist rechts von uns. Soll man noch ein paar Viecher mitnehmen? Wäre nicht verkehrt, oder? Die Maschine hat mich gesehen. Oh. Wow. Okay. So geht's ziemlich gut. Nein. Wieder aufstehen. Muni auffüllen. Und weiter geht's. Ich will zumindest irgendwie an den Weg kommen, damit wir so einen leichten Orientierungspunkt haben. Ist das da was zum Heilen? Ja, ne? Sollten wir mitnehmen. Wäre nicht verkehrt. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Oh. Oha. Banditen. Oh. 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 Hier, hier mit Banditen. Sieh mal eine an. Wo liegen sie denn? Da? Ne, das ist Heilzeug. Ich habe auch gerne mitgenommen, natürlich. Da hinten liegt einer. Irgendwo hier, da unten. Und da. So, dalle. Weiter geht's. Oh nein. Nein. Ah, Gott. Oh. Ist runtergeplumpst. Der brennt aber ziemlich gut, ne? Ja, die Chance ist jetzt nicht so pralle. Alter, alter, alter. Alter, alter. Was ist das? Habe ich ihn? Ich glaube, oder? Da ist der andere da oben. Hat der auch Feuer? Ja. Ah, komm her. Ah, hier sieht man natürlich super viel. Mann! Komm doch mal her, du blödes Vieh. Boah, ich seh hier nix. Wo ist er? Da. Mann, bist du ein lästiges Biest. Ich seh hier, ich seh gar nix, ne, mit diesem blöden Gras hier überall. Verdammt. Alter, wo bist du? Äh, ich komm nicht höher. Boah. Huiuiui. Okay, wir müssen, ja, hier, das brauch ich ganz dringend. Das brauch ich später noch. Ja, brauch ich sogar jetzt, Mädel. Heide-Witz-Guy. Oh, unser Heilzeug, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Null Nara Niente. Ah, hier gibt's noch ein bisschen was. Keine Zerbpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Da ist die Blume. Okay. Dann. Okay. Oh, ma.